Flöhe, die unliebsamen Quälgeister. Wenn ihre Katze sich ständig kratzt, hat sie sich möglicherweise Flöhe eingefangen. Diese sind ganzjährig aktiv. Sie übertragen zwar selten Krankheiten, die Bisse jucken aber unangenehm und können Allergien auslösen. Vorsorgen kann man mit Flohhalsbändern. Diese wirken mit unterschiedlichen Stoffen. Einige haben Duftstoffe, die die Flöhe abwehren. Andere geben Wirkstoffe über die Haut ins Blut ab. Eine andere Möglichkeit bieten sogenannte Spot-ons. Tragen Sie den gesamten Inhalt der Tube unterhalb des Fells direkt auf die Haut der Katze auf. Trotz aller Vorbeugemaßnahmen sollten Sie Ihre Katze regelmäßig nach Flöhen absuchen. Wenn die Parasiten Ihre Katze schon befallen haben, ist die richtige Behandlung wichtig. Mit Shampoos und Pudern, die gegen den Befall helfen, können Sie gegen die Flöhe vorgehen. Die Liegeflächen der Katze sollten Sie mit einem Umgebungsspray behandeln, damit auch dort alle Flöhe vernichtet werden. Behandeln Sie Ihre Katze auf keinen Fall mit Antiflohmitteln für Hunde. Das kann für Ihre Katze tödlich sein.